Noah, ein Punkt gegen Servet. Was ist dein Fazit zum Spiel? Das Fazit ist, dass es ein guter Punkt ist für uns. Wir mussten kämpfen. Wir haben auch ein wenig das Glück erzwungen mit unserer Spielweise, die wieder füreinander gegangen ist und gelaufen. In den Zweikämpfen mussten wir hertreiben. Und am Schluss nehmen wir den Punkt. Du bist zurück zu Hause. Wie ist es wieder vor der GZFN zu spielen? Es ist eine enorme Ehre für mich, wieder zurück zu sein. Und endlich in dem Stadion vor der GZFN spielen konnte. Früher hatte ich mir schon immer träumt. Und ich bin froh, dass es klappt hat. Super, danke noch. Ich bin froh, dass es eine gute Sache ist. Ich bin froh, dass es neu wunschläge sein muss, woher schildern ist. Ich bin froh, dass ich mich noch nicht gut für einen Spanchen träume, weil ich schildere Bergebert habe. Ich bin froh, dass es ich wunschläge sein muss. Ich bin froh, dass sie mich noch nicht zu sehen hat. Ich bin froh, dass es du kriegelegte Schritten bei mir, dass es nicht mehr als in der GZFN ver prüfen ist. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020